Denn wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch auf Demokratie. Man kann sich darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt. Was da jetzt geschrieben wird, was gesagt wird, das wird so gemacht. Weil wir, wie wir es ja immer sagen, ein Bild vom Menschen haben. Das ist doch interessant. Seid doch mal einfach tolerant, wenn nicht ein Wahlen. Da kann man sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt. Denn wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch auf Demokratie. Und da haben wir es ja jetzt geschrieben wird, was gesagt wird, das wird so gemacht. Weil wir, wie wir es ja immer sagen, ein Bild vom Menschen haben. Denn wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch auf Demokratie. Und da haben wir es ja jetzt geschrieben, was gesagt wird, das wird so gemacht. Und da kann man sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt. Kommt uns auf die Straße. Denn wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch auf Demokratie. Und da haben wir es ja jetzt geschrieben, was gesagt wird, das wird so gemacht. Und da kann man sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt. Weil wir, wie wir es ja immer sagen, ein Bild vom Menschen haben. Und da kann man sich nicht darauf verlassen, dass das, was wir sagen wird, auch wirklich nach den Wahlen gibt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017